Kundenspezifische Komplettlösungen, die überzeugen. Seit über 17 Jahren ist die VRI GmbH auf dem Tätigkeitsgebiet der Herstellung von Batterien ein kompetenter Spezialist. Das Unternehmen realisiert jeden Auftrag individuell auf Kundenwunsch, termingerecht und auf höchstem Qualitätsniveau. In der modernen Produktion sorgt das erfahrene und engagierte Mitarbeiterteam für einen reibungslosen Ablauf und eine perfekte Herstellung der verschiedenen Batteriemodelle. Ob Lithium-Ionen-Batterien, Nickel-Cadmium, Nickel-Metallhydrid, Bleibatterien und Staplerbatterien – die Produkte kommen in den verschiedensten Anwendungsbereichen zum Einsatz. Ein besonderer Schwerpunkt im Leistungsspektrum der VRI GmbH ist die zukunftsweisende Lithium-Technik. Die Batterien sind in verschiedenen Systemen wie Lithium-Ion, Lithium-Eisen oder Lithium-Polymer erhältlich. Namhafte Unternehmen aus der Industrieelektronik, der Medizintechnik, der Luft- und Raumfahrt sowie dem Automotive-Bereich gehören zum zufriedenen Kundenstamm der Firma VRI. Ob Prototypen, Klein- und Großserien – was zählt ist Qualität, Flexibilität, Schnelligkeit und Perfektion der Extraklasse. Batterietechnik auf höchstem Niveau – VRI GmbH Batterietechnik auf höchstem Niveau – Vri GmbH Batterietern zu zwischern – Vri GmbH Batterietechnik auf höchstem Niveau – Vri GmbH Batterietern zu öchstem Niveau – Vri GmbH